Herzlich Willkommen! Ich bin Agnes Görke, die Kantorin der Deutschen Gemeinde in Helsinki. Wir freuen uns, den Pfingstgottesdienst gemeinsam mit euch allen feiern zu können. Und ich freue mich auch. Ich bin Matti Fischer, einer der zwei Pastoren hier in Helsinki. Im Hintergrund seht ihr unsere Deutsche Kirche und seid eingeladen, mit uns zusammen den Gottesdienst zu feiern. Musik Amen. 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 Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Ihr Lieben, herzlich willkommen zum Gottesdienst am Pfingstsonntag. Wir feiern heute in großer Gemeinde, nicht nur hier bei uns in Finnland, sondern zusammen mit den Gemeinden in Nordeuropa, von denen sich einige eben schon vorgestellt haben. Der Geist Gottes, den feiern wir im Pfingsten, der Geist, der die Menschen auf der ganzen Welt verbindet, der uns verstehen lässt, was und wer Gott ist. Lasst uns Gott feiern in unserem Gesang, in Predigen, im Hören auf Gottes Wort, in der Stimme. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 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 O Einerkeit, der bei uns sein, und hast uns deine Wunsch sein, o Hoffnung, Herzenssonne. Du bindest dich, dass man erscheint, weil du so glücklich bist sein, so schlägt uns auch heut, du Amen. Sonne, Ome, in der Stirn wirst du dir, wenn wir bieten, so dir, Ome, wir triebten. Dunkel aus aller Reisheit ließ, die es mit der Frau gesehen ließ, dass deine Trost zu strömen, dass dir im Glauben sein streit, auch deine volle Christenheit, dein Wahres Zeugnis lehren. Brüder, 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 Brüder Schöne, so möchte ich auf Wart, die ihr den Weg nicht wissen. Die große Schöne, die Stadt an dir, der neue Heiland wird für, auch wenn wir leiden müssen, schaue alle, was zersessen und zersessen, die zu schauen und auf deinen, das du auch lebst. Lass uns beten mit Worten Israels, mit Worten des 118. Psalms. Gott ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. Wir sind auf der Suche nach der Kraft, die uns aus den Häusern, aus den zu engen Spuren und aus den Gräbern treibt. Gott ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. Man singt mit Freude vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Aufstehen und mich dem Leben in die Arme laufen, nicht erst am Jüngstertal. Man singt mit Freude vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Ich werde nicht sterben, sondern leben. Nicht erst, wenn es nichts mehr kostet und es niemandem mehr betigt. Ich werde nicht sterben, sondern leben. Dies ist der Tag, den Gott macht. Ich ausstrecke nach allem, was noch aussteht, und nicht nur dem Zugewilligen. Dies ist der Tag, den Gott macht. Lass uns freuen und fröhlich an ihm sein. Gott erleuchtet uns. Schmückt das Fest mit meinem bis an die Hörner des Altars. Uns erwartet das Leben. Wann, wenn nicht jetzt? Schmückt das Fest mit meinem. Und danket Gott, denn er ist freundlich. Und seine Güte wäre ewig. Schmückt das Fest mit meinem. 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 und heuer Höhen und in Unterstehung. Lasst uns beten. Gott, der du größer und weiter bist, als unsere Herzen nur sein können, Schöpfer, Geist, führ uns über uns hinaus in die Weite des Glaubens. Durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Bruder und Herrn. Amen. Pfingsten, das Fest der weltweiten Kirche. Wir sind heute ganz besonders verbunden mit den Gemeindedienern der Deutschen Gemeinde Nordeuropa. Durch die wir, die höhere gemeinsame Suchtrat und auch durch die Lesungen des heutigen Gottesdienstes. Die Lesung vom Trumbau zu Werbel hören wir heute von Pastor Maas Kessler aus Malmö. Herzliche Grüße aus Malmö in Schweden. Mein Name ist Pfarrer Lars Kessler. Ich bin Pfarrer an der Deutschen Evangelischen Gemeinde in Malmö und in Südschweden. Im Hintergrund seht ihr den Turning Torso, das höchste Hochhaus Skandinaviens. Und vor diesem Hintergrund lese ich uns die Geschichte vom Turmbau zu Babel. Die alttestamentliche Lesung für das Pfingstfest steht im ersten Buch Mose im elften Kapitel. Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene und wohnten da selbst. Und sie sprachen untereinander, Wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen. Und sie nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel und sprachen Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut über die ganze Erde. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, Sie, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter Ihnen, und dies ist erst der Anfang Ihres Tuns. Nun wird Ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was Sie sich vorgenommen haben, zu tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort Ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. So zerstreute sie der Herr von dort über die ganze Erde, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr da selbst verwirrt hat, aller Welt Sprache und sie von dort zerstreut hat, über die ganze Erde. Lass Gottes Licht durch euch scheinen in der Welt, dass sie den Weg zu ihm fehlern, und sie mit euch enttankt und preisen. Alleluia, Alleluia. Verstreut auf der Welt sind wir eins in Jesus Christus. Diese Einheit in sich zu tragen, heißt zu leben. Von diesem Leben erzählt Jesus, aufgeschrieben im Johannes-Evangelium, im 14. Kapitel. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Es ist noch eine kleine Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, denn ich lebe, und ihr sollt auch leben. Freude, ihr Christen, mit was Gott weist, dass wir in Dunkel nicht treiben, war ein Riecht, die Kraft und seine Leid, in seiner Liebe zu treiben. Lasst uns gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Wir wollen es heute am Pfingsttag mit einem alten Glaubensbekenntnis tun, das alle Christen auf der ganzen Welt seitdem verbindet, dem nizzenischen Glaubensbekenntnis. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt, und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch ihn ist alles geschaffen, für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tag aufgerstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten. Seine Herrschaft wird kein Ende sein. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorhebt, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten und die eine heilige, christliche und apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Amen. Die Liebe des Herrn Jesus Christus und die Gnade Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Pfingsten ist ein verrücktes Fest. Es ist ein Fest, das von verrückten Menschen erzählt, von Christinnen und Christen, die verrückt werden, weil ihnen der Geist Gottes durch Mann und Wein geht. Das, so erzählen wir es, das ist die Geburtsstunde der Kirche. Menschen werden von Gott verrückt. Überall auf der Welt wird es am heutigen Tag gefeiert, auch in den deutschen Gemeinden, auf der ganzen Welt. Wir sind verbunden mit den Gemeinden in Kopenhagen, Malmö, Stockholmen und Göteborg, in Oslo und in Tallinn. Hören wir, das Pfingstwunder, gelesen von Matthias aus Tallinn. Ein ganz frohes und gesegnetes Pfingstfest wünschen wir hier von der deutschsprachigen Gemeinde in Estland aus unserer wunderschönen, neiderweckenden, schwedischen St. Michaeliskirche hier in Tallinn. Mögt ihr alle ein schönes und frohes Pfingstfest verleben. Unser Lektor Bodo Barz liest jetzt die Epistel. Als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt und wie von Feuer und setzten sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eintab. Die Jünger werden verrückt. Voller Traurigkeit waren sie in Jerusalem zusammengekommen. Sie wollten sich noch einmal an Jesus erinnern, wie das gewesen ist, als sie mit ihm unterwegs waren. Und plötzlich, plötzlich war es wie Feuer in den Augen. Sie sprachen in Fremden, sprachen in Sprachen, die sie selber gar nicht verstanden am Anfang. Doch sie waren nicht allein. Wer bei ihnen war in dieser Stunde, davon ließ Raja aus Kopenhagen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde verstört, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen, siehe, sind nicht alle diese, die da reden, Galiläer? Wie hören wir sie denn, ein jeder in seiner Muttersprache? Vater, Von den großen Taten Gottes reden. Die Jünger werden verrückt. Sie werden aus ihrer Welt verrückt hinein in eine andere Welt. Der Heilige Geist lässt sie in Sprachen sprechen, die sie selbst nicht kennen. Und plötzlich tauchen dann Menschen auf aus allen damals bekannten Herren und Frauenländern. Und sie waren dort und konnten verstehen, was für die einen verrückt klingt, unverständlich, das wird für die anderen sehr verständlich. Jeder, der da ist, wird plötzlich in seiner Sprache angesprochen. Jeder, dem das Evangelium vorher fremd gewesen ist, dem wird es jetzt verkündet. Gott ist für dich da, für dich so, wie du bist. Du darfst verstehen, was Gott dir zu verstehen gibt. Da ist kein Gott, der nur für die Juden da ist, nur für die Christen, für die Muslime, für die Buddhisten. Da ist kein Gott, der ein deutscher Gott, ein finnischer oder ein schwedischer Gott wäre. Es ist ein Gott für die Menschen. Und das heißt, es ist ein Gott für jeden Einzelnen von uns und eben darin für die ganze Menschheit. Das heißt, Pfingsten, Geist Gottes, du, Mensch, verstehst, wer Gott ist. Dieses Verstehen geschieht nicht alleine hier im Kopf. Es ist kein Fürwahrheit und von irgendwelchen schlauen Sätzen. Wenn Gott sich dir verständlich macht, dann schüttelt das dein ganzes Leben durch. Dann ist es wie Feuer auf deinem Haupt. Dann gehst du raus in die Welt und bist ein anderer. Wenn der Geist nicht ergreift, dann wirst du verrückt. Raus aus deinem lauten Leben, das du dir selbst immer wieder ganz umständlich verständlich zu machen suchst. Hinein in das volle, in das helle Leben, das Gott dir zu verstehen gibt. Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zu dem anderen. Was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen, sie sind voll von süßem Wein. Da trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme und redete zu ihnen. Ihr Juden, liebe Männer und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan und lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint. Ist es doch erst die dritte Stunde am Tage. Sondern das ist, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott. Da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen. Und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. Und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen. Und sie sollen weissagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Was du siehst, das ist der Zustand der Welt. Was du siehst und was du hörst, ist das Feuer und der Rauch, die Sonne, die aufgeht und die Sonne, die sich wieder verfinstert. Was du wahrnimmst, ist das Virus und die Krankheit, die Genesung und das Leben, das Auge. Du siehst, wie die Welt ist. Aber was verstehst du? Verstehst du, dass das Gott ist? Verstehst du überhaupt, was oder wer Gott ist? Ich kann dir in meiner Sprache von Gott erzählen, so imbrünstig und so leidenschaftlich, wie mir das möglich ist. Aber du sitzt zu Hause, hörst meine Worte und denkst vielleicht auch, was ist der da voll von gutem Wein? Was ist der betrunken? Was stammet der da von irgendetwas, was er Glauben nennt? Den kannst du doch nicht ernst nehmen. Ich kann mit Engelszungen auf dich einreden und du verstehst trotzdem kein Wort davon. Was ist Gott, was Gott ist, wenn Gott nicht seinen Geist schickt. Es braucht Gott selbst, Gottes Geist, der Gott in dir verständlich macht. Als wir uns vor vier Jahren auf den Weg hierher nach Helsinki machten, da war ich voller Vorfreude. Aber ehrlich gesagt, war ich auch ein bisschen skeptisch. Ich dachte mir, warum gibt es eigentlich eine deutsche Gemeinde im Ausland? Und nicht nur hier, sondern überall auf der Welt. Warum gibt es fast 100 deutsche Gemeinden im Ausland? Ich dachte mir, ist das vielleicht am Ende so, wie der deutsche Metzger oder der deutsche Bäcker gut, um sich Vertrautes in den Wagen zu schlagen, damit man in Heimatgefühlen schwellen kann? Aber schnell ist mir klar geworden, gerade in dem gemeinsamen Feierwerk des Gottesdienstes, es geht um das Verstehen Gottes. Darum, wie der Glauben in und durch uns hindurch Sprache werden muss. Wie wichtig die Sprache des Arztes ist, in der der Glaube lebt und wachsen darf. Die Meder und Eleviterinnen, die Kreterinnen und Araber, sie verstanden Gott in dem Augenblick, als er in ihrer Sprache zu sprechen begann, durch seinen Heiligen Geist. Wir feiern das heute am Pfingsten, zusammen mit den Gemeinden Norden Europas, mit den Gemeinden überall in der Welt und ehrlich gesagt mit allen Menschen über die Grenzen der christlichen Gemeinden hinweg. Gott macht sich verständlich in uns. Der Heilige Geist, Gott selbst, lässt uns Gott sehen, wie er ist. Kraft unseres Lebens. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Menschen in der Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 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 Wem ich sankt, der Spiritus, wem ich sankt, der Spiritus, wem ich sankt, der Spiritus. Wem ich sankt, der Spiritus, wem ich sankt, der Spiritus, wem ich sankt, der Spiritus. Wem ich sankt, der Spiritus, wem ich sankt, der Spiritus, wem ich sankt, der Spiritus. Wem ich sankt, der Spiritus, wem ich sankt, der Spiritus, wem ich sankt, der Spiritus. Wem ich sankt, der Spiritus, wem ich sankt, der Spiritus. 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 Den Sonntag, wo wir die Einigkeit feiern, dort dürfen wir wieder hier zusammenkommen. Natürlich nach bestimmten hygienischen Grundsätzen. Wir dürfen nicht ganz dicht zusammensitzen. Wir werden nicht singen in diesen ersten Gottesdiensten und werden Masken verteilen. Aber wir werden Gottesdienst feiern und Gottes Geist wird mit uns sein. Wir dürfen fröhlich feiern. Aber nicht gibts. In der nächsten Woche, ab morgen, dem Montag, dem 1. Juni, ist dann für die ganzen Sommerwochen die Kirche auch offen. Von 10 bis 16 Uhr könnt ihr kommen. Hier, um in der Stille der Kirche sitzen zu können. Das Gemeindeleben findet jetzt Schritt für Schritt wieder statt. Wir starten gleich musikalisch auf vielfältige Weise. Ihr findet ein Konzert jetzt schon im Internet von Temo Hupi, einem Pranschisten. Schaut nach. Ein wunderbares Konzert für die Organisation Nice den Banki sammeln wir dort Spenden. Und dann gibt es auch Konzerte hier in der Kirche. vom FIBO, vom finnischen Barocken Orchester, in Zusammenarbeit mit uns. Am 11. Juni, am 18. Juni und am 13. August. Jeweils um 18 Uhr Konzerte in der Kirche. Die Plätze sind aus gegebenem Anlass begrenzt. Wir haben nur 45 Karten, die verkauft werden. Ihr könnt heute, am Sonntag, den 31. Mai, noch über die E-Mail-Adresse von Agnes, die ihr in der Beschreibung des Gottesdienstes findet, Karten bestellen. Ab Dienstag dann über Ticketmaster. Da findet ihr die Angaben. Ihr könnt dort die Karten kaufen. Jetzt noch sichert euch die Karten. Zur Kollekte. Sie ist heute bestimmt für die Ausbildung von Pastoren der Lutherischen Kirche in Myanmar. Das ist eine Kirche, die eng verbunden ist mit der finnischen Kirche, vor allen Dingen mit unserem Biskum Pomero. Die Angaben zu diesem Kollektenzweck findet ihr auch in den Angaben zum Gottesdienst und auf unserer Hochschule. 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 die auf unserer Hochschule. Mach uns zu Geistes gegenwärtigen Menschen, die mit offenen Augen deine Welt wahrnehmen. Dein Geist schafft Verständigung und Vertrauen. Wir bitten dich für alle Menschen, die sich nicht mehr verstehen. Schenke uns mehr Verständnis füreinander. In unseren Familien, zwischen Eltern und Kindern, aber auch im öffentlichen Leben. Wir bitten dich für die Einheit der Kirche. Gib, dass wir uns nicht abfinden mit ihrer Trennung und aufeinander zugehen. Du, mütiger Gott, willst unser Heil, leiblich und seelisch. Wir denken vor dir der Stille an Menschen, für die wir deine Heilige und grösende Kraft ermitteln. Gott, wir danken dir, dass wir hier in dieser Gemeinde miteinander beten und dich loben können. Wir beten gemeinsam das Vaterunser. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich kommen, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht mit Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Heiligkeit in Ewigkeit. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020